So, da sind wir wieder. Ich muss mich jetzt um alte Frauen kümmern. Ich helfe denen über die Straße oder so. Bunga Bunga wolltest du ja machen. So, jetzt ist die richtig gelenkig. Oh, können wir richtig... geil. Was haben die eigentlich für Häuser? Nicht viele Mützen haben wir jetzt gerade. Wir hatten, glaube ich, sechs oder so. Wir wollten ja eine Waffe sparen, oder? Scheiß auf Nachladen. Da kommst du von der Seite nicht ran. Ja, ist klar. Wir können uns nicht durchziehen. Bisschen fett. Aber so ein kleines Bad im Sumpf ist auch ganz gut, oder? Ja. Nimm lieber das Messer wegen den ganzen Bienen und so weiter. Hier gibt es doch jetzt nur diesen Einweg. Irgendwie habe ich... Was ist da war, da tut es was? Was sind das für Fotos? Ich hoffe, wir haben gleich nochmal einen Speicherpunkt, weil... Ich will jetzt nicht zurücklaufen, mir dann. Auch mich zu bewegen, ist es... Nein, ich muss... Ach so, ich dachte, das ist... Ich dachte, du musst jetzt extra stupfen, ich habe nicht kriege ich ein paar Rast. Ich glaube, da kannst du dir noch alles nehmen. Das ist wieder so ein Speichel zu nehmen. Dietrich, den machen wir noch. Ja. Ist er weg, Dietrich? Ja, ja, ist weg. Wir brauchen echt diese Granaten, aber da haben wir jetzt eigentlich... Ah, nee, das war ein Granatwerfer, ne, wo wir das hatten. Ja, das ist ein Granatwerfer, weil... Oh Gott, brauchen wir den jetzt? Bis jetzt noch nicht. Aber brauchen wir den jetzt? Wir sehen uns nachher. Ah, so gehen wir mal aufs Inventar. Links die Aufträge. Tür im alten Haus. Erstes Oberschuss öffnen. Marguerite besiegen. Ich bin... Das sind ihre Nazarenern. Könnte der Granatwerfer von gebraut werden. Aber vielleicht kommt mir jetzt mal sowas wieder nachfimmt. Nö, dein Sterben, sagt ihr. Oh. Ich, 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 ich bring erstmal meine Sachen weg. Ganz ehrlich, schon, mit diesem verdammten Granatwerk, aber ich, ich, ich brenne alles nicht. Ich hau die nieder, ey. Was brauchen wir die nicht mehr? Lammwerfer brauchen wir. Die Pistole haben wir. Du gehst jetzt auf jeden Fall zurück und holst ja noch die Flüssigkeit. Äh die Pistole. Wann haben wir die Pistole setzen? Ja eigentlich brauchen wir die jetzt grad nicht. Ich würd's vielleicht nur munitionsabhängig machen. Ich würd's auch raus erfüllen wir noch die Pistole noch haben. Ach das ist doch ein Schuss, ne? Also das Spaltmittelbauwerfbrennen nicht. Schatz, Foto, wir wissen das jetzt wo es ist. Das Foto kann nicht gehen. Was ist mit der Munition? Wir haben genügend Schroth-Munition. Ja, Schroth will ich auf jeden Fall behalten. Dann pack die Pistole weg. Inklusive der Munition. Wollen wir den Graduatwerfer fahren? Ja Moment, äh... Ja. Noch einmal jetzt auf der 2. Ja jetzt ändere ich gleich noch ein bisschen. Weil... Und... Ach ja, wir können ja was kombinieren. Ich mach noch eine. Ja, mach mal. Ah ne, wir haben keine... Warte, 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 wir haben eine Chemikalie. Da können wir direkt die von da hinten nehmen. Warte, das Foto. Oh, okay. Das ist die Munition für die Wachter. Aber die haben wir noch nicht. Ähm... Okay, das war noch zwei Ticken. Wie kann man die kombinieren? Kann man die nur erstellen? Oh, ja stimmt ja auch. Vielleicht ist das so toll, wenn die können wir nicht erstellen. Gibt es mal die unten, oder? Nein, das sind verbesserte Pistole Munition. So, okay. Wahrscheinlich brauchen wir erst die Pistole dafür. Ah, wir können auch jetzt mit diesen starken flüssigen Chemikalien können wir jetzt auch bessere Munition stellen. Vielleicht benutzen wir später mal die Pistole. Wieso haben wir die Flüssigkeit und ich kann es wieder speichern? Oder... Aber wie viele Chemikalien haben wir? Warte, ich muss kurz nochmal gucken. Vielleicht benutzen wir jetzt bessere Munition. Weil wir haben dreimal Schwarzpulver, ne? 7 Münzen. Wir könnten uns 20 Schuss machen, von der starken Munition für die Pistole. Können wir statt... Wozu brauchen wir die jetzt? Also ich sehe da jetzt gerade keinen Sinn drin. Ich weiß, statt der Schrottwürde nehmen wir dann die Pistole oder so. Die Schrottwürde ist trotzdem besser. Ja, okay, gut. War nur so eine Überlegung. Und auf jeden Fall noch die Flüssigkeit von der Chemikalien. Ja, und mit der mach ich dann halt den vierten... Ja, klar. Kannst du machen. Aber wir haben noch eine Option, dann starke Pistole-Munition zu machen. Wenn, dann machen wir auch nicht mehr die normale Pistole-Munition, haben wir nicht starke. Wir wurden ja richtig zugeschüttet mit denen. Ja, die mach ich jetzt noch nicht. Ich hab auch noch nicht die verbesserte Medizin. Auf welchen Slot hast du die jetzt? Ne, auf vier. Auf vier. Mori! Nein, ich schieße jetzt auch nicht. Nein, ich schieße jetzt auch nicht. Was ist so weit das? Weil es sich gelesen haben, muss dafür ins erste Obergeschoss gehen. Das war ja nicht. Das war ja nicht. Das wollte ich bezeichnen. Bitte. Nur zur Vorsicht, ne. Wie habe ich das Gefühl wieder? Ich habe das Gefühl wieder. Das war ja nicht so weit. nicht das der Klinik die Kiste zu schlagen es ist ein bisschen auf der Sache aufsprechen mit dem Prozent das ist das für die Anruf eigentlich das ist ja flammengranaten vielleicht noch mal das genaue normale sachen verstellen ein nervengift flammengift und nervengift Warte mal. Ich dachte, alles nervt, dass es so auswirkt. Vielleicht kannst du die Alte damit. Ja, okay, wir haben Pillen. Dafür nur keine Money. Ja, wir hätten, ja gut, hätten wir herstellen können mit den Pillen, aber... Später vielleicht. Wir haben nicht so viel Platz, ne? Ja. Das ist auch ein bisschen ein Problem. Ach nee. Brauchen wir es dafür, den Kanadwerfer? Könnte sein, das Zeug könnte brennen. Soll ich es versuchen? Oder versuch es, es mal anzuzünden. Das muss ich schon mal nicht. Ich habe ja eine Erkrankung versuchten. Ja, wie eine Speichere. Das ist schon mal, aber nicht so, wie es sollte. Das hat nicht funktioniert. Er scheiß doch. Wir mussten es ausprobieren. Das ist so, wie es heißt, wo ich kann nicht... ...oder... Hallo! Hinter dir! Hinter dir! Da ist nix! Oh! So! Ja, ich dachte also ein fliegendes Teil jetzt grad. Nee. Ja, ja, ich hab ein bisschen gemacht. Ja, weiß schon. Die Tiere verbrennen, aber so eine Holztür... Nein. Na, wie so. Sehr völlig unlogisch. Ja, kannst gar nicht schon wieder zurückrennen zum Speichern. Äh, zum Inventar. Ja, ich komme aber nicht mehr raus, ne? Das ist ja schon gefallen, ne? Stimmt. Wir kommen ja nicht mehr, weil wir müssen hier hoch. Ja. Wir finden hier bestimmt ein Safe rum. Und da war es jetzt... Das muss nach oben, ne? Oder ging es nicht dahinter? Ja. Okay. Okay. Margari! 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 Oh! 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 Geh gucken, ob die da halt irgendwo wohin. Nein. Alter, wie groß ist sie geworden? Alter Das Ding Hinter dir Ich hab dich nicht Scheiße, wo ist sie? toe fck dich Haus 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 Hör Sagt Sagt Sie wird immer noch Obel-Eugler sein. 100 pro. Ich weiß nicht, ob er das war. Ich hasse das. Jetzt musst du so oft zwischen den Waffen wechseln. Da haben wir noch nicht. Wo bist du? Du bist kein Mädchen. Du bist kein Mädchen. Du bist kein Mädchen. Geiler Schlüpper. Alter. Ja, ich habe nur noch zwei Schuss. Hallo? Von links rum. Geh einfach rein. Alter. Wir können noch Granatwerfer machen. Ich werde so 100... Gut, dass ich den mitgenommen habe. Ja, jetzt haben wir keinen Nerven gestartet. Ja, jetzt haben wir wieder zweimal Schuss. Was? Nein, nein. Ja, ich kann nicht wechseln. Ich kann nicht wechseln. Jetzt kann ich wechseln. Ja, ne. Phew. Jeder... Oh! Ja, ich hab... Ich geh sparsam mit dem Uni um. Ja, du kommst nicht anders an der Reiter. Hätt mir nur dieses fucking Nervengifte. Wie viel Wissen! Nein. Ich geh wieder hoch. Ah! Oder sie kommt runter! Oh! Nein! Quick Quick! Was musst du denn da machen? Ich versuche auf den Bauch bei dir zu ziehen. Ich mach dir irgendwas. Scheiße. Iiiiih! Wie geht's noch um Leben? Ah, geht noch. Ah! Jetzt haben wir keine Mund mehr. Oh neee! Nein! 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 Wir leben noch! Nein! What? Alter, witzig! Ja, wir brauchen das Nervengifte. Das Problem ist, wir kommen da nicht hin. Weil wir sie auch zum Speicherstand an der Stelle überschritten haben. Weil wir sie auch zum Speicherstand an der Stelle überschritten haben. Ey, wir sind nur oben, oder? Ja. Ja, du kannst das Nervengifte holen. Ach du Scheiße! Alter, will die mich flicken! Alter, will die mich flicken! Das ist doch nicht einmal normal! Aber wir müssen halt so ne Kombi machen aus diesem Nervengift. Ja. Ach du willst du dich nehmen? Ich weiß es nicht. Was brauchen wir jetzt nochmal? Wir brauchen dieses starke Zeug, ne? Wir brauchen dieses Pillen. Pillen haben wir einmal. Ja, direkt da drunter. Ja, genau. Silber und... Silber. Ok, jetzt müssen wir dann... Oh! Direkt zwei hergestellt! Ja, das haben wir immer. Wollen wir vielleicht nicht noch weiter unten im Inventar finden? Ne, oder? Ne, die müssten direkt untereinander sein. Ja, die starke Chemische Flüssigkeit wird ja auch einzeln. Ja, aber dieses direkt da drunter wäre dann. So. Ok. Ok, ähm... Mach was. Ok. Vergleich hier trotzdem nochmal drüber. So, ich mach die jetzt noch. So, dann würde ich diese Folter abwenden. Überlänger machen. Ach, scheiß auf ich werde die sowas von fissen. So, das haben wir schon. Welche Muni hast du jetzt eigentlich mit dem Werfer? Ach, man kann mit G wechseln. Mit G kannst du wechseln. Ja, mach D bei G auch mal noch, oder? Wo wollen wir denn raus, ehrlich? Ja, ich mach das... Das macht er automatisch da. Ähm... Scheiße, hatten wir hier alles? Ne, hatten wir alles. Ja, dann kannst du halt hoch kommen. Na gut, wir müssen uns noch freischalten durch unten. Ja, wir müssen uns noch freischalten durch unten. Ach Mensch. Ah, Pistolen Muni, ja, brauchen wir ja. Hier gab es nichts. Ich wechsle schon mal auf die Schulschule gleich. Ach ja, da war verschlossen. Warte, da lag doch mal was auf der Couch. Das lag glaube ich wieder da. Ja... Das können wir aber jetzt nicht mitnehmen. Das sind nur die Viecher, oder? Aber... Was? Was ist eigentlich voll durch die Tür hier da rum? Ich hab das mal eh nach. Das können wir später nochmal machen. Ich bekomme eh nochmal da runter. Bist du durch die Tür angegangen da unten? Ja, das ist, eh... Wir fern weiter. Hier wird er noch weiter. Warte mal, das ist denn schlug, warte mal, das ist denn schlug, mag da noch eine Kiste für den Dietrich? Nee, lagen. Jetzt gehts los, ich mach dich, ich mach dich, fertig. Okay komm her! Schieß, schieß, schieß! Okay, klären wir das mal. Marjorie! Ich bin direkt weg, links. Ich werd dich kriegen! Jetzt wirst du von dir noch verletzt. Ja, 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 ja! Ich versuchte, ich will da jetzt noch weg. Ja, 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 ja! Ja! Jetzt ist er wieder oben durch. All right! Mach gleich noch die Kiste, mach die später. Ach so, ich weiß, ja. Äh, vier, vier, aha! Ach so, oh man! Ich muss, ich muss erst mal... Ja, lass doch schon mal. Boah, die wird jetzt, äh, oben direkt oben runter kommen. So, ich hab die auch mit der Weg geschlossen. Was geht? Scheiße! Scheiße! Das wär wichtiger. Kannst du da einfach runter? Ja, ja. Was kannst du da unten machen? Unter? Ich weiß nicht. Überleben. Überleben. Vielleicht musst du ja auch irgendwo mit der hinlernen. Irgendwo so Gas-Tanks oder sowas sind. Könnte auch sein. Nein! F***, weißt! Bleib stehen! Dann einfach ruhig stehen! Dann einfach ruhig stehen! We're ready... Lass, hör mal, hör mal! Ich hab die Idee, ja ich hab kaum noch ein bisschen Wappel, ich wechsle mal grad die Munitionsab. Nein, was, nein, ich hab gewechselt, guck mal, er hat nach dem Schuss gewechselt. Ich hab, er hat nach dem Schuss gewechselt, weißt du? Ähm, okay. Aber, das war grad im Schatz, ich hab den Schuss... Fuck. Ist die Tür? Ja. Ah, da kommen die Bienen her. Ähm... Oh, ne, die kommt. Oh. Drei Schuss, leider kümm ich mich gar nicht drum. Ja, scheiße, ich kann... Oh Gott, noch einmal, ich bin tot. Das gibt's doch nicht! Das ist ne F*** Situation, die Kleiber wohl da hin, wenn du es ne? Komm mir hin, muss ich. Das war's. Nein! Hahahaha ich nehme das Nimm es Das ist doch die Kiste da unten Kann ich da noch etwas? Fnit-Muddy, gut Da unten einfach was Gut, das ist auch gut Okay, da haben wir noch etwas Du kannst dich schocken die Zeit um alles unten zu nehmen was du findest und wenn du nicht da bist Du hast unten noch die Tür unten Mach noch eins Nein! Wir sind tot Oder? Nein! Du musst ja echt dieses Ding halten Ich hab... Nachladen, nachladen! Jetzt hab ich keinen Granatwerfen mehr Gar nichts mehr? Ne, ich hab noch die Schrohflinte und Brennstoff Aber nicht mehr viel Ich hätt sie vielleicht gerade eben wirklich finischen können Ich weiß es nicht Aber ich dachte... Tür? Wo ist die Tür? Hinter dir Jetzt gehst du da... Geh mal erst mal rum Ich weiß es gar nicht Rechts rum, ja Links rum Da lang Und jetzt rechts Tür Da rechts, genau Da dahin Ja Da ist die Tür Ähm... Da war die Hand von hinten zuerst Ich hab doch... Go! Flammenwerfer Jaja Ich hab aber kaum noch Muni für den Flammenwerfer Hast du keine mehr? Nein! Du kannst die Tür auch nicht erschließen, ne? Ah! Das war jetzt auch... Andere... Andere... Ah! Ah! Okay, zu schön Hinten her... Hinten her... Also ich hab... Theoretisch... Aaaaah! Okay, komm ich hab mit Bitch Ich hab noch zwei Schuss Die lag noch irgendwo flach Oh... Ähm... Hm... Kann ich jetzt nicht machen Ich hab zu wenig Schuss Du musst weiß, wenn du wegbleiben Dann verschwinden die Fiete wieder Ja Ich hatte aber irgendwo noch Muni Für die konnte ich auf... Ist hier eine Biene hinter dir? Ja, passiert Kannst die Leiter unterschlagen? Ah! 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 Hier ist noch einmal Ah! Guck dir nochmal an, du musst mal gucken, ob der sich umdreht. Auf dem Rücken dann geht es. Der ist doch einfach tot, okay? Was? Achso! Sieh! Hast du es einfach so jetzt geschafft, okay? Ja! Und ich dachte, wo ist die verdammte da? Bevor du es nimmst, die Folge ist vorbei. Schon seit längerem. Ach du... Alter, ich dachte, wo ist die und hier liegt... Fick dich! Ich hab's geschafft! Alter! Ich hab's geschafft! Ist es okay, ist es okay. Okay... Okay... Wie es weiter geht, sehen wir den nächsten Boykin auf meinem Kanal! Ach du Scheiße! Fick dich, Marguerite! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Tja Leute... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017